Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die westlichen Barbaren werden sich verbeugen vor uns. Oder sie gehen ihrem Untergang entgegen. Heute am frühen Morgen ging diese Nachricht um die Welt. Die alliierten Staatschefs haben in Genf eine Krisensitzung einberufen. Die schwimmende Inselfestung des Reichs kontrolliert derzeit den Nordatlantik und bringt daher den ganzen Schiffsverkehr zum völligen Erliegen. Das ist einfach unglaublich! Während wir mit den Russen beschäftigt waren, hat dieses Reich der aufgehenden Sonne heimlich für einen Krieg mobil gemacht. Sie warteten, bis wir und die Russen geschwächt und verwundbar waren. Und jetzt? Jetzt stehen sie an unserer Türschwelle. Sie sind also nicht nur unser Problem. Die Sowjets sind ebenfalls abgekapselt durch diese schwimmende Monstrosität. Also, wollen unsere Diplomaten mit Ihnen über einen Waffenstillstand verhandeln? Denn eines ist klar. Gegen diesen neuen Feind haben wir nur gemeinsam eine Chance. Bingham, dieses Gerücht, von dem ich hörte, ist doch ganz bestimmt nicht wahr. Was für ein Gerücht meinen Sie? Dass Friedensverhandlungen mit den Russen anberaumt sind? Es geht mehr um eine Waffenruhe. Also, es stimmt tatsächlich? Tja, wir hatten ganz beträchtliche Verluste durch die Vertreibung der Russen aus Europa. Und nachdem wir jetzt einen gemeinsamen Feind... Oh, Pitz! Den Russen ist nicht zu trauen, das wissen Sie. Sie hassen alles, wofür wir eintreten. Freiheit, Toleranz, das Streben nach Glück und Erfolg, Apfelkuchen... Ähm, hatte ich Freiheit schon erwähnt? Egal, sie ist eine Wiederholung wert. Die Staatschefs der anderen alliierten Staaten sind schon einverstanden... Ich aber nicht. Ich werde nicht zustimmen. Schluss aus. Sie machen einen gewaltigen Fehler, mein Freund. Denken Sie an meine Worte. Das Reich glaubt, es wäre seine göttliche und zwingende Notwendigkeit, uns zu vernichten. Beweisen Sie ihnen das Gegenteil, Commander. Commander, wir sind unterwegs nach Gibraltar und befreien den Hafen von den Japanern. Auf dem Boden helfe ich Ihnen ein bisschen. Wenn ich sie wäre, würde ich die Augen offen halten. Ich traue diesen Russen nicht weiter, als ich sie werfen kann. Niemals hätte ich sowas gedacht. Die Sowjets kämpfen mit uns gegen das Reich der aufgehenden Sonne. Ihre berühmte Scharfschütze Natascha haben Sie bereits zur Verfügung gestellt. Und was noch wichtiger ist, einen beträchtlichen Teil Ihrer Flotte. Ich bin sicher, Natascha und Tanja verstehen sich prächtig. Seien Sie bitte freundlich zu den Sowjets und erobern Sie den Hafen zurück. Dann kontrollieren wir das Mittelmeer. Das Reich der aufgehenden Sonne hat Gibraltar besetzt und geht von dort aus gegen alliierte und sowjetische Stellungen vor. Sie haben folgende Befehle. Finden und neutralisieren Sie die am Flughafen von Gibraltar stationierten kaiserlichen Truppen. Finden und bergen Sie unsere in dieser Region festgesetzten Marineeinheiten. Alliierte und Sowjets arbeiten bei dieser Operation Hand in Hand. Die Sowjetunion hat sich bereit erklärt, im Kampf gegen das Reich mit uns zu kooperieren. Agent Tanja und ihre sowjetische Kollegin Natascha sorgen am Boden für die reibungslose Zusammenarbeit der an der Operation beteiligten Truppen. Viel Glück, Kommande. Die Japaner haben die Kontrolle über unseren Hafen in Gibraltar. Die Sowjets und sie müssen leider mal wieder zusammenarbeiten. Befreien wir die Straße von Gibraltar mit vereinten Kräften. Wuhu, ganz schön frisch. Das ist nicht kalt. Ich bin mal in der Lena geschwommen. Die war kalt. Du Kleiner, komm mal, dann darf ich freisprechen. Ich hasse dieses Missstück. Tanja, kapier's doch. Mütterchen Russland bringt Soldaten hervor, die in allen Belangen überlegen sind. Und ich bin die Beste von allen. An die Arbeit! Ich bin äußerst geschmeichelt, dass sie sich verbündet haben gegen meine Truppen. Aber das wird den Lauf der Geschichte selbstverständlich nicht ändern. Alles klar? Bin unterwegs. Sofort! Alles klar? Ich habe den Rückspunkt entdeckt. Jawohl. Neues Einsatzziel erhalten. Schon Urlaubsreihe? Eine Einheit wird angegriffen. Kein Problem. Oh, tut mir leid, Tanja. War das dein Kill? Langsam geht sie mir echt auf die Nerven. Sofort! Verstanden. Bin dran. Bin unterwegs. Rücke vor. Bin unterwegs. Mach ich. Bin dran. Verstanden. Jawohl. Auf dem Felsen von Gibraltar wurde ein König-Uni-Walker geordnet. Bin dran. Der Eintracht wird angegriffen. Neues Felsen ist hier. Alles klar? Jawohl. Bin dran. Mach ich. Alles klar? Dieser Verbündete wird angegriffen. Mach ich. Keine Tasche. Wie es aussieht, bin ich die bessere Soldatin. Ich bin unterwegs. Mach ich. Bin dran. Alles klar? Sofort. Sofort. Rücke vor. Mach ich. Rücke vor. Verstanden. Rücke vor. Bin unterwegs. Rücke vor. Alles klar? Jawohl. Haben Sie ein Ziel? Bin unterwegs. Mach ich. Jawohl. Mach ich. Hey du, warte. Ein Klacks. Eine Einheit wird angegriffen. Ich hole sie mir. Hey du, warte. Bin unterwegs. Rücke vor. Sofort. Mach ich. Verstanden. Bin unterwegs. Nichts für rein. Das ist alles. Da ist es alles. Wer ist los? Das Pack ist überall. C4 ist unterwegs. Klopf, klopf. C4 ist unterwegs. Zeit für'n Sprengsatz. Mach ich. Sofort. Alles klar. Bin unterwegs. Rücke vor. Verstanden. Der Eintritt wird angegriffelt. Klingt gut. Ich misste mich dort ein. Ich bin nun mal die Beste. Volltreffer. Bin unterwegs. Rücke vor. Und schüttel. Jawohl. Bin unterwegs. Bin dran. Das gibt'n schönen Knall. Bin unterwegs. Rücke vor. Alles klar. Mach ich. Bin unterwegs. Rücke vor. Verstanden. Bin unterwegs. Sofort. Mach ich. Sofort. Jawohl. Ich hol' sie hier. Bin unterwegs. Verstanden. Bin unterwegs. Sofort. Bin unterwegs. Schlaf weiter. Sofort. Alles klar. Mach ich. Hey du. Warte. Alles klar. Bin unterwegs. Sofort. Alles klar. Ich erledige das. Mach ich. Rücke vor. Sofort. Jawohl. Verstanden. Mach ich. Sofort. Rücke vor. Verstanden. Sag mal auf. Hey du. Warte. Nicht mindestens. Sofort. C4 ist unterwegs. Verstanden. Glöck. 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 Sofort. Mach ich. Bin unterwegs. Sofort. Das gibt'n schönen Knall. Polieren wir die Kiste. Wir haben das Schlecht geschlachtet. Bin dran. Wir sind unterwegs. Tricks. Eine Einheit wird angegriffen. Hö ha. Ah, wie schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ich werde mich später rächen für die Zerstörung meiner Basis in Südfrankreich. Vielleicht, wenn wir hier fertig sind. Ich konzentriere mich auf die Bodenoffensive. Aber drängen Sie mich nicht, ist das klar? Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Hey, hören Sie! Diese Zerstörer sind genau das, was wir für einen gepflegten Amphibienangriff brauchen. Neues Einsatzzähler halten. Präzisionsangriff bereit. Wir wählen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Durchhalten. Cryocopter sind unterwegs. Wird gebaut. Prospektor einsatzbereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Der Erstabbau in Zukunft. Verstärkungen sind eingetroffen. Hier kann die Cryo-Technologie autorisiert. Ab sofort können Sie Cryocopter bauen, um Gegner zu verkleinern oder Schock zu frosten. Neue Bauoption. Wird gebaut. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Reize. Wo ist das Problem? Wird gebaut. Reize. Wo ist das Problem? Statusbericht unterwegs. Reize. Wo ist das Problem? Wird gebaut. Reize. Wo ist das Problem? Prospektor einsatzbereit. Haben Sie ein Ziel? Alles klar. Bau abgeschlossen. Reize. Wo ist das Problem? Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Javelin einsatzbereit. Wird gebaut. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Kampfbereit. Verstanden. Bin bereit. Gehen wir. Gehe in Position. Klau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Javelin einsatzbereit. Bauoption. Wird gebaut. Für den Frieden. Bin unterwegs. Unzureichender Mittel. Mann, ist das nicht allerliebst? Zwei Erzfeinde machen gemeinsame Sache. Ich bin gerührt. Wie herzerwärmend. So ein Quatsch. Präzisionsangriff bereit. Ziel wählen. Ich bin hier oben sicher, oder? Ich bin hier oben sicher, oder? Haben Sie gehört, Pilot? Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ich stürze mich wieder in die Schlacht. Wird gebaut. Was liegt an, Coach? Okay, Coach. Bereit. Wir werden nicht abgeschossen, oder? Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Taktische Einheit. Unterwegs. Upgrade abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Ausbildung. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Okay, wen soll ich zuerst abholen? Feindliche Einheiten entdeckt im unzureichenden Mittel. Wo brauchen Sie mich? Ich bin hier oben sicher, oder? Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Präzisionsklima. Präzisionsklima. Fliegt sich butterweich? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Hier, Tanja. Jawohl. Brücke vor. Wir wählen. Bereits, Herr, wo ist das Problem? Reparatur läuft. Peacekeeper, bereit für Transport. Unzureichende Mittel. Cryo-Systeme einsatzbereit. Mal sehen, wie das funktioniert. Okay, wen soll ich zuerst abholen? Wie wäre es mit der Versection? Verstanden. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Allzeitbereit. Braucht jemand ein Taxi? Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Bin auf M.V. Tanja hier. Ich bin soweit. Wir waren einsatzbereit. Unterbrochen. Abgebrochen. Unzureichende Mittel. Tanja hier. Ich bin soweit. Javelin einsatzbereit. Hier, Riftzeit. Javelin einsatzbereit. Halbzeit bereit. Javelin einsatzbereit. Haben Sie ein Ziel? Sofort. Brücke vor. Unser Verbündeter wird anbietet. Sie haben ein Taxi bestellt? Sie haben ein Taxi bestellt? Hey! Was gebaut? Und was liegt an? Wird erledigt. Sie sind in guten Händen, mein Freund. 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 Haltzeit bereit. Unzureichende Mittel. Okay, 10-4. Geht in Ordnung. Unterwegs. Okay, 10-4. Verstanden, Sir? Klingt gut. Verbesserte Luftfahrt. Verstanden, Sir? Klingt gut. Geht in Ordnung. Unzureichender Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird erledigt. Verstanden. Hab nichts gegen Wasser. An das Geschütz! Halte den Fett! Obrauchen Sie mich! Sie sind im Unserenden, mein Freund. Endlich im Trockenen! Sag sein Hey! Jawohl! Mach ich! Rücke vor! Sofort! Feindliche Einheiten entdeckt. Mach ich! Unzureichender Mittel. Sofort! Sie sind im Unserenden, mein Freund. Zeit für einen Sprengsatz! Und schütt! Gute Nacht! Eine Einheit wird angegriffen. Polieren wir die Kiste! Polieren wir die Kiste! Bin dran! Jawohl! Verstanden! Klopf, klopf! Das gibt einen schönen Knall! Klopf, klopf! Mach ich! Alles klar! Sie ist unterwegs! Sie ist unterwegs! Das gibt einen schönen Knall! Hoffentlich, dass sie angeschnallt! Polieren wir die Kiste! War das schon alles? Hoffentlich, dass sie angeschnallt! Sie ist unterwegs! Klopf, klopf! Sie ist unterwegs! Ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Mit Gamze! Klopf, klopf! Bin dran! Brücke vor! Polieren wir die Kiste! Bin dran! Zeit für einen Sprengsatz! Beide auf! Sofort! Jawohl! Alles klar! Cool! killed! Habtock, warte! Verstanden, Sir! Wer mich aufzuhalten versucht, ist fressend für die Fische. Keine Sorge, alles ist gut. Wir sehen uns im Schlusspunkt. Das geht auch. Alles Zeit bereit. Cool. Wir überlegen dich. Da ist einer. Weiter feuern. Fink sie weg. Rock'n'Roll. Mach sie fertig. Fink sie weg. Haben Sie ein Ziel? Fink sie weg. Fink sie weg. Sind sie unterwegs? Klop, klop. Das gibt's einen schönen night. Sind sie unterwegs? Klop, klop. Das gibt's einen schönen 달. Fink sie weg. Fink sie weg. Klop, klop. Das gibt's einen schönencker out. Verstanden? Ich gehöre hin. Ich gehöre hin. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Wer will mit mir spielen? Ich bin auf dem Rückweg. Sie sind im Unfall, mein Volk. Moskwin weiß, was zu tun ist. Wird gebaut. Soll ich mich ein bisschen umsehen? Prospector bereit sein. Sie sind vorhanden, mein Freund. Präzisionseingriff bereit. Ziel wählen. Fahre abgeschlossen. Ja, mein Freund. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Ganz ihrer Meinung. Einzureichender Mittel. Warum nicht? Wird gebaut. Wird gebaut. Wie geht es Ihnen, Zell? Sind Sie guten Händen, mein Freund? Hört sich gut an. Alle Zerstörer ausrücken. Wir haben diese Bastarde in den Boden. An diesem Schiff kommt niemand vorbei. Einsatz ist gut erreicht. Alle mal herhören. Sie mögen Ihren kleinen Triumph feiern, aber Sie werden das Reich der aufgehenden Sonne nicht besiegen. Unsere Zeit ist gekommen. Neues Einstellungsziel erhalten. An diesem Schiff kommt niemand vorbei. Unzureichender Mittel. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten entdeckt. Soll ich etwas aus dem Weg reiten? Unser Schlitzpunkt wird angegriffen. Wolltest du poängst? Wolltest du poängst? SIE SIE Nichts! Wolltest du um! Sehen Sie einfach an zu! Haben Sie ein Ziel? Bin für drei, oder? Geladen und entweder! Ey, du! Warte! Verschiege, war das schon alles? Sagen Sie, was zu tun ist. An die Arbeit. Sie sind die guten Händen, mein Freund. Sie sind die guten Händen, mein Freund. Wo brauchen Sie mich? Unzureichender Mittel. Cryo-Schuss bereit. Ist es Zeit? Sagen Sie, was zu tun ist. Wer will mit mir spielen? Sagen Sie, was zu tun ist. Alles ist gut. Soll ich jetzt vom Bedingen? Cryo ist der Einsatz bereit. Unzureichender Mittel. Handliche Einheiten entdeckt. Handlicher Stützpunkt entdeckt. Soll ich etwas zerstören? Sie sind das Bedinger, was angekündigt. Komm in der Hobbyküte, der ist einsatzbereit. Wir sehen uns zum Schlusspunkt. Die Stützpunkt ist einsatzbereit. Sie sind die guten Händen, mein Freund. Sie sind die guten Händen, mein Freund. Soll ich mich ein bisschen umziehen? Okay, wir sind unterwegs. Unzureichender Mittel. Cryo-Copter. Hallo? Sehen wir uns das mal an. Der Erstabbauer Zukunft. Nicht vergessen, Commander. Sie können mit Ihrem Prospector-Versorgungslaster eine Basiserweiterung errichten an Land und zur See. Unzureichender Mittel. Naja, wir sehen uns das mal an. Wir sehen uns das mal an. Wir sehen uns das mal an. Es ist Zeit, ich habe noch ein Begold. Es wird Zeit, oder? Jederzeit. Soll ich einfach auf den Weg reufen? Unzureichender Mittel. Wir sehen uns im Stützpunkt. Takt, wie weit zu tun ist. Jederzeit. Feindlicher Infiltrator geordnet. Bau abgeschlossen. Bereit. Techniker in Position. Ein gutes Testobjekt. Absoluter Nullpunkt. Peacekeeper bereit für Transport. Feindliche Einheit perfekt. Riegel das ab. Die Temperatur sinkt. Schockfrosten. Bereit. Mal sehen, wie das funktioniert. Die Finanze wird konfiguriert. Bonusziel erreicht. Bis zum nächsten Mal. Haft. Okay. Präzisionsangriff bereit, wird gebaut. Dieser Verbündete wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Soll ich etwas zerstören? Bin auf dem Rückweg. Sagen Sie, was zu tun ist. Bin unterwegs. Warum nicht? Freundliche Einheit, perfekt. Peacekeeper bereit. Lassen Sie fertig. Neutralisiert Sie. Cool bleiben, Leute. Sie werden nichts spüren. Okay, okay. Absoluter Nullfot. Kein Problem. Der sieht unterkühlt aus. Fliegt sich butterreich. Peacekeeper bereit für Transport. Prospector einsatzbereit. Triocopter. Hallo? Ich muss nicht heran. Für den Frieden. Bin unterwegs. Bis später. Aufschließen. Langsam aber sicher. Aufschließen. Du bist erledigt. Verschließen. Techniker in Position. Okay, okay. Hey! See you again. Let's go back. Alle mal hier. Gehen wir anlaufen. Eine Einheit wird angegriffen. Ich gehöre Ihnen. Soll ich hier noch auf den Weg reufen? Bau abgeschossen. Ist es Zeit? Jeder zeigt, was ihm was zu tun ist. Eigentlich nicht in den Traktor geortet. Bin auf dem Rückweg. Kampfbereit. Unterwegs. Bin bereit. Was liegt am Coach? Los, los. Bin bereit. Die Zone gehört mir. Genau wie im Labor. Liegt sich butterreich? Für den Frieden. Umgebungssichert. Firecopter. Hallo? Haben Sie gehört, Pilot? Wir haben erfahren, dass die Japaner versuchen, Ihnen in den Rücken zu fallen. Also vorsichtig, Commander. Sie sollen über eine gewaltige Feuerkraft verfügen. Dieser Hafen befindet sich im Besitz des Reichs der aufgehenden Sonne. Los, verschwinden Sie, bevor ich Ihre primitive Armee in einen Schrottplatz verwandle. Wird gebaut. Reparatur läuft. Wird gebaut. Wir haben eine kaiserliche Flotte mit Kursaufgiefreiter auf dem Radar. Bein, mein Freund. Feindliche Einheit. Alles ist gut. Alles ist gut. Es wird Zeit, oder? Keine Sorge. Wirfeln mit gespielt. Alles ist gut. Wirfeln mit gespielt. Wirfeln mit gespielt. Wirfeln mit gespielt. Wirfeln mit einem Autosheil. Es ist Zeit. Ich gehöre Ihnen. Sind Sie einfach zu? Genießen Sie das Feuerwerk. Wir müssen den Strahl ruhig halten. Sagen Sie, was zu tun ist. Soll ich etwas auf den Weg reisen? Ja, mein Freund. Ich bin sehr viel zugeordnet. Soll ich etwas zerstören? Soll ich etwas auf den Weg reisen? Ich gehöre Ihnen. Ja, mein Freund. Mitverknippen. Mitverknippen. Kampfbereit. Roger and out. Zehn vier, Sir. Es wird Zeit, oder? Da, Genosse. Ich beende sein nutzloses Leben. Alles ist gut. Genießen Sie das Feuerwerk. Ziel neutralisiert. Kommen wir nach Hause. Dr. Baum. Eigentlich ist der Insel Konto geöffnet. Wie gehen wir vor? Techniker in Position. Okay, okay. Okay, so gut. After. Sag. Stattel-Groß. Lass den Ball lang. Dinc. Lass den Ball. Dinc. Dinc. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Soll ich etwas aus dem Weg räumen? Es wird Zeit, oder? Gute Hälfte, wo die Augen freut. Windy geht es. Soll ich etwas Zeit hören? Sagen Sie, was zu tun ist. Soll ich etwas aus dem Weg räumen? Ja, mein Freund. Bin auf dem Rückweg. Soll ich etwas zerstören? Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wir sehen uns im Stützpunkt. Bin auf dem Rückweg. Soll ich etwas zerstören? Feindlicher Infiltrator geortet. Feindliche Einheiten entdeckt. Ist es schon soweit? Ich gehöre Ihnen. Warum nicht? Wer will mit mir spielen? Bin auf dem Rückweg. Warum nicht? Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verlor. Eine Einheit wird ange fairness. Er hat sich, er hat sich ange посмотрим. Es hat sich das Gerät verlor. öttst. Teinten, mondst du? UNTERTITELUNG Sie sind in guten Händen, mein Freund. Soll ich etwas auf den Weg holen? Die Fahrt ist ein Riffpunkt entdeckt. Soll ich etwas zerstören? Wie in die Glieder ist der Einsatz der Freireite, oder? Sagen Sie, was zu tun ist. Einfluss in die Fahrt so geordnet. Ich gehöre Ihnen. Schock gebaut. Miniketa ist einsatzbereit. Soll ich etwas zerstören? Feindliche Einheiten, Herr Biss. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Wer will mit mir spielen? Kommen wir nach Hause. Soll ich etwas zerstören? Soll ich etwas auf den Weg holen? Bin die Füße erst einsatzbereit. Alles ist gut. Ich gehöre Ihnen. Ein guter Schlagzeit. Ach ja, haben Sie, was zu tun ist. Es ist alles eine coole Seite, oder? Ich will mit mir spielen. Es wird Zeit, oder? Bin unterwegs. Ganz Ihrer Meinung. Wir sehen uns im Stützpunkt. 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 Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Infiltrator geortet. Feindlicher Schützpunkt entdeckt. Feindlicher Schützpunkt entdeckt. Feindlicher Schützpunkt entdeckt. Feindlicher Schützpunkt entdeckt. Feindlicher Infiltrator geortet. Feindlicher Schützpunkt entdeckt. 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 Das wäre geschafft, Commander. Vielleicht sind diese Sowjets gar nicht so übel. Oder? Sie haben einfach ihren Zug noch nicht gemacht. Das war gute Arbeit, Kommandant. Scheinbar sind Sie etwas kompetenter als vermutet. Und da sie ehrlich zu mir waren, konnte ich sie leider auch nicht töten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.